Das Wichtigste im Leben wird immer die Familie sein. Die Leute, die jetzt hier sind. In diesem Moment. Dominic Toretto. Sie kennen mich nicht. Aber das werden Sie bald. Die Sünden von London sind uns wohl nach Hause gefolgt. Erinnerst du dich an Orenschon? Das ist ein großer, böser Bruder. Wir werden gejagt. Ich komme mit. Eine letzte Fahrt. Daddy muss zur Arbeit. Die Nummer gibt dem Begriff verrückt eine ganz neue Bedeutung. Eine letzte Fahrt. Na, das ist doch ein Wort.